hallo und herzlich willkommen youtube auf meinem channel bevor ich jetzt anfange mehr auf das auf den hintergrund des videos einzugehen möchte ich noch kurz sagen dass im teaser wurde ja hochqualitative videos versprochen das hier gehört noch nicht zu meiner konzeptidee das ist einfach nur eine serie die ich auch auf dem kanal bringen würde und zwar wie scampi wer scampi verfolgt weiß er geht auf 70 kills in team deathmatch und ich mache eigentlich genau das gleiche komplett geklaut die serie deswegen heißt es auch scampi fan goes for 70 das heißt scampi geht halt für die 70 kills ich habe mir die nicht ausgedacht ich habe es einfach man hat man darauf gespielt das macht mir extrem spaß im hintergrund habe ich einfach im live stream erspielt deswegen ist die qualität des videos auch nicht ganz so gut und die musik ist auch ein bisschen leise und das passt alles nicht ganz so zusammen ich rede noch ein paar viewern aber wenn ihr mal live von mir sehen wollt ich heißt twitch.tv und dann halt schrägstrich und dann killkra ganz normal und ich rede gerne mit viewern und dann könnt ihr gleich auch mal sehen wie man ganz cool ist im spiel und ja jetzt lasse ich euch einfach mit dem stream alleine gut dass ich reden kann und meine konzeptidee die eigentliche idee meines kanals die noch nicht oft vertreten ist die kommt bald ich werbe jetzt schon damit weil ich finde das ist eine sehr sehr gute und aus also ich habe mir die echt gut ausgesucht weil die gibt es glaube ich so noch nicht auf youtube und wir werden sehen wie sie ankommt aber sie wird noch ein bisschen ich denke mal eine bis zwei wochen zeit anspruch nehmen bis dahin kommen einfach der standard schritt live commentaries hat die serie hier und dann geht es auf jeden fall los gerade in 100 wochen habe ich ferien ich werde so viel vor produzieren die dürfte euch echt auf aktive videos freuen und ich verabschiede mich genieße hinten das live dingsbums und nicht vergessen ist aus dem stream erspielt das heißt es jetzt nicht so für youtube gedacht aber ich wollte trotzdem hochladen also danke leute war ein guter versuch für die 70 es geht noch weiter bis wir die 70 gilt schaffen haut rein wir sehen uns im nächsten video beim live kommentar für youtube gedacht auf dem channel kielkraut haul rein oh mein gott was war das leute was in aller welt ist das gewesen ich verstehe es nicht ich verstehe es ich muss mir im stream noch mal kurz angucken digger das war ja abnormal ich habe es gesehen ich würde jetzt gerne alter meine nase juckt so weit ich jucke sie jetzt wenn ich jetzt schläbe was sich aus ok oh gott im himmel den habe ich gar nicht gesehen digger jetzt ist spawnflip komm schnell noch hier in den headlitz 3 2 1 los das sind nicht prediction leute bitte raps oh gott oh gott oh gott oh gott bleib ruhig digger ich bleib doch nicht ruhig was war das von mir digger oh oh die werden weggesnackt alter drei stück erstmal auf dem freien jetzt chillen wir hier noch unsere eier oh oh mein gott oh mein gott wie konnte ich das überleben leute wie konnte ich das überleben sagt es mir ich weiß es einfach nicht ich kann euch nicht sagen wie ich das überleben konnte i don't understand this game what the fuck bitte sagt mir das also ich muss kurz meine nase jucken ja wie gesagt die challenge 70 kills im team deathmatch ist übelst schwer ich hab gehört dass jemand gefollet hat ich sag schon mal jetzt dann ich sag gleich mal ich lese den namen einfach vor alter alter das war krass das war krass lauter fuck oh my god it's so terrible to play team deathmatch without playing team deathmatch what all the time i really don't really know the spawns oh mein gott sorry dass ich nicht so ruhig bleibe aber ich habe ja die absolut bestes deutsch die abnormal ekligen gunfights geradezu nein so viel dazu ähm scuff isn't always a good idea ähm ich bin immer so ein typ ich rede manchmal englisch wenn ich Bock drauf hab ich würde auch gerne nur englisch reden aber auf die dauer wird mich das doch abfacken deswegen ja das thank you scumpy oh mein gott er hat mehr gestuckt als alles was ich hier gesehen hab oh ok nevermind das waren wächter was wo war der denn digger es ist sogar echt ein guter versuch gewesen wegen also ich mache jetzt auf meinem youtube channel übrigens eine serie bald ich habe ja jetzt schon einen teaser raus gebracht und dann mache ich auch eine so eine art scampi fanboy serie wo ich auch auf 70 kills gehe und dann werden wir sehen ob ich es schaffe bevor scampi es schafft oh mein gott und er war noch hinten drinnen aber ich muss sagen 50 kills fürs erste game also ja die vmp ist so hat op schreibst du ähm mit schnellfeuer ja ist aber schwer zu handeln deswegen finde ich die gar nicht mal nerfable nerfable kann man das sagen also die sollte nicht genervt werden auf jeden fall weil man muss echt lernen mit der und schnellfeuer umzugehen 52 8 war auf jeden Fall ein geiles game gold mattes danke für den follow was wollte ich sagen danke dass du bis hierhin zu ende geschaut hast und ich denke mal wir hören uns auch in den nächsten videos bleibt gespannt was kommt stay tuned und ich denke mal ich bin over and out hau dabei peace you 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 you